Jaja... Jaja... Ich sehe es jetzt schon. Ich werde gefressen. Ich hab's in Urin. Kannst du für die wieder nach da hinten schwimmen? Auch wenn's kein richtiges Schwimmen ist, aber du weißt schon, was ich meine. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, so ist fein. Okay. Das... Das war... Hervorsehbar. Mo... Doofes... Dingens und so. Ist er wirklich geschrieben? Okay. Mehr oder weniger. Lalalala... Ich bin gar nicht da! Geh einfach weiter! Okay, Anlauf nehmen. Lauf! 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 Lauf schneller! Okay. 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 Wenn er nochmal da hinten ist, mach ich das nochmal. Aber erzählen wir da hinten ist. Davor bringt uns überhaupt nichts. Denn ich fehlen die schon wieder als Wurmfutter enden. Näh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Mach schneller! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Ich bin bereit, wenn du es auch bist! maybe being cast! Keine Angst. Ich titere nicht mal, auch wenn irgendwo mich gerade gefressen hat. Mein Stimme stirbt gerade. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Da hinten ist er viel zu nah. Eigentlich muss ich... Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich. Wieso ist er so weit weg? Zu nah. Immer noch zu nah. Da viel zu nah. Der ist da ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie hier geht, warum, dass er zu nah an ist. Wer da ganz hinten ist. Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu. Hat keiner gesehen. Du hättest dich jetzt. Dreckst du viel, du. Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Ich hab's geschafft. Oh Gott. Ich krieg hier noch immer Gas. Oh Mann. Ja, jetzt hätte ich losrennen können, aber jetzt ist es zu spät. Äh, äh. Also wenn er da hinten ist, muss ich los. Oh Gott. Jetzt sind wir gut. Jetzt sind wir gut. Jetzt sind wir gut. Jetzt sind wir gut. Wieso krieg ich hier einfach kein doofes Verlangsamung total? Mann. Wo um dich woanders hin? Und das ist ein bisschen dolly. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Ich lebe. Ich lebe noch. Okay. Okay. Noch einmal. Okay, zweimal. Dann haben wir's geschafft. Ich, ich, ich. So. Wenn er da ganz hinten ist, dann geh ich los. Davor. Davor lieber nicht. Du brauchst jetzt gar nicht so hier um mich herumschlängeln. Würmen. Wie auch immer. Aber. Beeil dich. Beeil dich. Beeil dich. Beeil dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Komm, warum? Ich hab Angst. Große Angst. So. Jetzt, jetzt sie nur nicht ungeduldig werden. Wart einfach ab, bis er weit weg ist. Weil, wenn ich jetzt versau's, dann darf's nochmal von vorne anfangen. Kommt. Wart einfach ab. Ich lebe, ich lebe, oh mein Gott, nie wieder, nie wieder, nie, 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 nie wieder, nie wieder, das mach ich nie wieder, nee, tu ich nicht. Ganz ehrlich, ich freue mich riesig, euch zu sehen. Ich könnte weinen vor Freude. Das ist mein Ernst, ich freue mich wirklich, euch zu sehen. Das beweist nämlich, dass ich noch lebe. Ich lebe. Auch wenn hier schon wieder alles komisch vibriert. Guck mal, da ist dieses nichtskönnende, großaussehende Vieh. Ja, mehr kommt, tu mich. Oh, okay, das tat ich. Wow, 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 wow. WTF? Was bist du denn für einer? Meine Fresse. Wow, oh mein Gott. Ich, ich, ich. Also über euch beide freue ich mich nicht. Muss ich mal so ehrlich gestehen. So, erst mal nicht loswerden hier. Gut. 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 Ich will es auch nur einsetzen. Oh Gott. Ich weiß nicht mehr, wie man das macht. Oh, so. Nein, so. Okay. Okay, okay. Oh Gott. Ja, das ist alles. Kann ich die Wumme da haben? Ich will die Wumme haben. Ja, ich kann die Wumme haben. Schießt gezackte Spieler, die sich in Oberfläche bohren und detonieren. Wenn sie ausgelöst werden, drücken sie RT, um ein Spieler zu schießen und drücken sie, um ihn zu detonieren zu lassen. Ah, okay. Ich habe mir jetzt gar nicht die Tastenkombination davon gemerkt. Aber scheiß drauf. Ich sehe imba aus, das reicht schon. Ich werde die ganzen Gegner wahrscheinlich damit schon erschrecken. So. Guckt mich an. Ich habe eine riesige Kalone. Ah, das gefällt mir. Das finde ich gut. Da habe ich hier was gefunden, was mir gefällt. Ja, ja. Ach, Kiste. Warum sehe ich die jetzt erst? Ja, ich habe mich nicht verletzt.